So, wir sind wieder unterwegs mit Spongebob und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play, eben ja, Spongebob Battle for Bikini Bottom. Und wir wollten, ja, das Ding hier aktivieren. Und das machen wir auch. Wir haben die Level auch größer als abgeschlossen. Wir haben noch wie eine Frühlingsbrise. Geschenke öffnen ist klasse. Es glänzt. Das ist noch ein Frusturbrief. Oh cool, das Ding ist in der Kiste. Dann muss man darunter? Wir müssen da... Ist jetzt irgendwie weiter oder das wird immer das Ende wieder? Das ist jetzt weiter mit dem Handy machen. Nö, es ist noch nicht, weil wir kommen jetzt zum Leuchtturm. alle clock in die meine größe Oh, Scheiße. Ja, die machen wir mal Käufe. Achso, das hat dann Sinn, warum wir... Äh, man müsste Maschine zerstören, was denn die? Da. Eww. Das. Nimm das. Pundi. So. Die kaputt machen. Tschüss. Alter, geht's, oder? Ja, der wollte. Frisch wie ein Krönlingsbringer. Ouch! Okay, da ist noch sinnvoll zu Sven. Ouch! 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 Ich habe verschiedene Trauben. Ich habe das aus. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Oh, wer braucht noch? So, der ist weg. Ouch! So, ich bin aber auch weg. Ouch! Ist das noch mehr, oder was? Äh, ich habe nur die Maschine. Okay, ich muss jetzt tatsächlich weiter machen. Ouch! Ouch! Aber wir können ja gar nicht lange weiter drauf bleiben. So, machen wir noch den Sven weg, oder was? Oder sind wir da hinten? Eine Sache. So, der Takao. Frisch wie eine Frühlingsbringer. Da habe ich wieder vier Bruder wachsen. Ah, Handschuh. Ouch! Ich muss jetzt gerade gucken, dass ich da hochkomme. Kopfkadan! Jetzt weg! Er ist weg. Er kann gut. Nächster. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich bin auch nicht mal kurz aus dem Ding springen. Das wird er bringt. Auch. Ich bin mal kurz aus dem Ding springen. 999 999 1000 wie eine frühlingsbrise Geschichte. Und weg den Klenier. Und der Mann. Ich fühle mich wie ein neuer Schwach. So, die Drehung weg. Tschüss. Frisch wie eine Frühhinsprinze. Also, jetzt muss man die Maschine rausnehmen. Wenn man die mal rausnehmen. Ah, diese Scheiß-Köter. Das wollen wir nicht am anderen, wenn ich dann 2 zu 2 zu 3 anspricht. Ich glaube, das ist auch neuer Feste, weil da ist ja quasi... Tschüss. Oh, we from Gaint. Jetzt kommt die weg. Jetzt kommt ich weiß es. Ich fühle mich wie ein neuer Schwach. Autsch. Autsch. Köter, geh mir ums Inkel. Frisch wie eine Frühhinsprinze. Tartar, so, so. Wie schrecklich. Autsch. So, jetzt auch schon weg. So, jetzt haben wir hier... Opa Klaus. Autsch. Autsch. Nein, das kann es doch nicht sein. Das bläht mich schon immer aus. Ich will den auf den Kopf springen. Er geht den Schritt zur Seite und dann bläht er mich aus. Ich fühle mich wie ein neuer Schwach. Autsch. 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 Frisch wie eine Frühlingsprinze. Autsch. Will den wegmachen? Nennt mich auch Schwaminator. Wo ist der Typ sagt. Autsch. So, jetzt auch weg. Ich will da gehen, wie gesagt. Ich fühle mich wie ein neuer Schwach. Autsch. 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 So, jetzt gucken wir, dass ich dieses Schatz beschrieben habe. Autsch. 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 Frisch, wie eine Frühlingsprinze. I glaube er braucht keine helfen, da hat. Autsch. 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 und mach mich dann noch mal kaputt. Ich will, ich will, ich will, ich will ich backo. Ich will diese Scheisse level schaffen. Ich hab diese Maschine erst weggeräumt. Nein. So, ich schieße das weg. Schockmaschine weg. so, Geschichte down so, selbst ist ein Sven Geschichte tot so, jetzt muss es weiter lang so, down Geschichte tot nein, 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 nein so, jetzt weg so, jetzt weg so, jetzt haben wir noch ein Tata, haben wir noch, selbst muss ein 200? da geht ja Geschichte so, da unten nein das ist nicht wahr das ist nicht wahr das ist nicht wahr ich treffe den Typen nicht und der springt und der, 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 der der, 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 der so für dich geil Mann ja, ouch ich fühle mich wie ein neuer Schwamm ja, ouch ja, ouch quick tschüss frisch wie eine Frühlingsbrinse ouch 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 quaz ouch quaz ouch 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 das ist nicht wahr diese scheißding ouch 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 Okay. ich hoffe man hört mich doch sonst muss ich gut schneiden ich habe mich jetzt mit wirst du machen so scheinbar ich hab's da man genau da auch ja war nicht ich fühle mich wie ein neuer schwach geschichte nein 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 ich fühle mich wie ein neuer schwach durch die eine frühlingsbräse meine größe Auuch Haben wir sie? Nein haben wir sie noch nicht Da wird da kommt noch mehr oder was? Da oben ist noch einer. Oder immer noch die gleiche? Ich bin tot. So, jetzt bin ich hier. Ich hab Ruhe. Ich hab Ruhe. Erstmal das mitnehmen. Oh, alter, ey. Alter, Verwalter war das jetzt null. War das jetzt geil. Hauptsache, wir haben das Ding irgendwie auf die Reihe bekommen. Wir holen uns den Gold und fangen wir in den Hohen. Oder holen wir mal 13. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Juhu. Okay. Ich hab's auch was verpasst da oben, wenn ich da. Ja, ohne die Unterboxen verpasst, ne? Und ne Socke, und ne Weiß. Zurückzubekommen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. So. Gott sei Dank, ey. Wir haben es nicht geschafft. Eigentlich wollte ich mir so schnell die Unterhose holen. Ja, da oben. Äh, Hilfe. Egal. Ach komm, scheiß drauf. Wir finden schon genug. So. Äh, wo ist denn, dass der Ausgang da? Oh, Gott sei Dank haben wir das Schösschen geschafft, ey. Ich weiß nicht, wievielten Anlauf. Wir haben es Gott sei Dank aber eingekriegt. So, uns fehlen noch zwei goldene Lenkräder. Dann haben wir das Thema auch. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Jetzt haben wir noch ne Unterhose. Sehr gut. So, und da ist noch ein letzter. Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Gut, haben wir das soweit. Warte, will ich mit dem jetzt hier kotschen? Hallöchen, Spongebob. Kumpelblase. Achso, okay. Das war jetzt nur so gut zu wissen. Okay. Äh. Wo bin ich jetzt hier? Bin ich wieder am Anfang? Hab ich hier auch ne Dingskiste? Ne Sprungkiste hier auch immer? Hilfe. Also nicht mehr. Hier oben ist die Kiste. Oh. So, jetzt sind wir hier oben. Okay. Ach, hier müssen wir, hätten wir mit Handys hingehen können. Okay. Na gut. Okay. Äh. Autsch. Autsch. Wie ist er? Ja. Autsch. Heng. Na ja. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Das heißt, wir können hier weiter machen. Gut. Ich fühle mich wie eine Frühlingsbrise. Man nennt mich auch Schwamminator. Genau meine Größe. Okay. Wir haben genug. Oder. Ja, aber. Das heißt, wir müssen, müssen wir nicht so weitermachen. Jetzt müssen wir hier hoch und dann das Handy oder was? Wieder zurück wechseln. Dann machen wir das nochmal. Und da unten ist nämlich die Kiste. Und da müssen wir ja weitermachen, oder? So. Gut, das hier machen wir ja. So, jetzt müssen wir hier hoch. Oder? Eigentlich müssen wir ja so weitermachen, oder? Haben wir nicht alles erledigt jetzt oder was? Haben wir seine Aufgabe noch nicht erledigt? Okay, das wäre jetzt der Leuchtturm. Gut, okay. Das wäre jetzt so ein Bonus-Ding, oder was? Hilfe! Ich will aber nicht nochmal die Leuchtturm machen. Haben wir ja schon jetzt gemacht, denn da sind wir jetzt ja mindwenniger durch. Das ist ja hier der Leuchtturm, oder nicht? Den haben wir ja. Das heißt, wir müssen ja jetzt mindwenniger nochmal hier weitermachen, oder nicht? Ich will eigentlich überhaupt keinen Charakter wechseln. Ich wollte eigentlich hier weitermachen mit dem Level. Das heißt, wir müssen ja da hoch, oder? Das heißt, wir müssen ja jetzt mal mit dem Charakter wechseln, oder? Gut. Okay. Ah, alles gut. Nee, da müssen wir nicht hin. Das ist schwarzen. Das ist schwarzen. Gut. Ich beteite mir mal die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit, äh... Würde ich sagen, spontan da hoch. Ja, das könnte wahrscheinlich sinnvoll sein. Ja, da war man nämlich schon mal angesetzt. Gut. Bis zum nächsten Mal.